malzeit willkommen beim video magazin und einem neuen video meinerseits und dieses mal mit dem jahresrückblick 2020 aus der sicht von right review und das ganze habe ich erst nicht geplant und dementsprechend habe ich natürlich auch keine zahlen am start wie viele kilometer wir abgerissen haben dieses jahr und wie viel parks und bahnen und blie und bla und blub das mit den kilometern ist immer erst anfang des darauffolgenden jahres fertig hätte man dieses jahr schon fertig machen können da der lockdown dafür gesorgt hat dass wir jetzt am ende jetzt doch nicht mehr irgendwie was gemacht haben aber bis vor kurzem waren wir trotzdem noch für den kanal unterwegs deswegen ihr wisst das blablabla und eins schon mal vorweg bevor wir jetzt darauf eingehen was wir so alles gemacht haben und hier auf dem kanal gezeigt haben ihr könnt euch das ganze dann natürlich im nachhinein wenn ihr das irgendwie jetzt hier seht und denkt das habe ich gar nicht mitbekommen auf dem kanal noch angucken es kann ja sein dass wenn mehr als ein video pro tag kommt davon irgendwelche sachen durchgehen man nicht gesehen hat man nicht verfolgt hat ist ja alles ganz normal und es ist ja auch sehr 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 viel content der hier hochgeladen wird einer der gründe ist das übrigens auch dafür dass ich gesagt habe ich mache im wechsel ein tag ein blog review quatsche video und den tag darauf in anführungsstrichen nur ein on-ride video weil ich halt von vielen von euch gehört habe dass ihr halt gar nicht hinterher kommt bei der masse an videos liegt halt daran ich habe bock wir sind viel unterwegs wir machen viel wird natürlich jetzt auch trotz alledem etwas dünner alles mit dem zweiten lockdown und allen geschlossenen parks und alles andere ich finde trotzdem sind wir 2020 ganz gut video technisch durch das jahr gekommen für nächstes jahr habe ich dann auch noch von diesem jahr tour blogs und park blogs die kommen review ideen und reviews fertige habe ich auch noch am start und einiges anderes an ideen für die nächsten monate auf jeden fall aber wie gesagt war auch einer der gründe dass da also wirklich nicht nur weil jetzt der content natürlich lockdown bedingt weniger wird war einer der gründe jeden zweiten tag ein on-ride zu droppen hauptsächlich wirklich dass viele es nicht schaffen sich das alles reinzuziehen und ich das dann irgendwie ein bisschen als vergebene liebesmüheperlen vor die säule finde wenn ich dann jeden tag was droppe was dann halt nicht gesehen wird und außerdem habe ich halt auch bock und spaß daran meine on-ride off-ride videos hochzuladen dazu gab es ja dann auch diese ganzen cinematic videos wo ich dann eine attraktion auf mehr oder weniger dazu attraktion passenden musik schneide gab ja auch viele beschwerden dass dann ja ich muss das video komplett sehen das on-ride ich kann keine schnitte vertragen ich schaff das einfach nicht in meinem kopf und es gab dann immer von einer achterbahn ein cinematic video hier und auch das on- und off-ride video uncut aber dann das andere video zu gucken ist zu viel verlangt da beschwert man sich lieber über das cinematic video und ich habe das jetzt auch noch so gemacht gehabt dass ich dann erst das cinematic hatte und dann on-ride off-ride uncut hinten dran müsst ihr wissen was gefällt euch besser lieber man hat dann so ein kleines video was man mal so weg frühstücken kann was einfach so ein cinematic ist oder man weiß okay da ist einfach nur so ein on-off-ride video oder das beides in einem keine ahnung da weiß ich selber nicht was ich will mal so mal so aber da ist natürlich auch wieder eure meinung gefragt ihr kennt die kommentarzeile haut es einfach mal in die kommentare lasst uns da quatschen diskutieren und so viele ms wieder drin das ist schrecklich ich für meinen teil nehme ich übrigens selber nicht so ernst wie manch anderer auf dem kanal hier auch geil aber das einfach mal so wie es dieses jahr eigentlich gelaufen ist was wir dann auch dieses jahr schon ein bisschen ausprobiert haben war die vlogs auf deutsch und englisch gleichzeitig zu machen lieblings kommentar von mir ist auf jeden fall dabei ja mach doch einfach untertitel hat sich eigentlich jemand der das schreibt schon mal ernsthaft damit beschäftigt wie es ist untertitel zu erstellen für videos was für eine arbeit und aufwand das ist untertitel zu erstellen für videos plus ich persönlich hätte keinen turn drauf mir videos reinzuziehen mit untertiteln und wir sind ja das war jetzt irgendwie drei videos haben wir da so in die richtung jetzt erstmal wir sind ja noch am ausprobieren und in der findungsphase ich habe auf jeden fall momentan bock drauf kann sein dass das irgendwann komplett cancel kann sein dass wir das mehr ausbauen dass es besser wird dass es schlechter wird man weiß es nicht das ding ist halt einfach was man nicht vergessen darf das ist ein unfassbar internationales hobby und da finde ich auch so das ist auch wieder sehr aktuell kommentare wo sich aufgeregt wird dass nur anglizismen benutzt werden ja es ist halt in diesem internationalen hobby so dass es halt sehr viele anglizismen einfach gibt weil das einfach die sache besser beschreibt als das ganze auf deutsch also dieses jahr hat sich die kommentarspalte als große jauchegrube auf jeden fall mehr hervorgetan als als im gegensatz zu einer geilen community wobei ich natürlich nicht die die coole sachen schreiben jetzt irgendwie untergehen lassen möchte und ich weiß auch dass die meisten die was im kopf haben und die videos gucken halt auch einfach keine kommentare schreiben das ist einfach fakt und das ist so das ist auch vollkommen in ordnung und wir kriegen auch oft geile pns die ms e mails vielen vielen dank für jeden da draußen der diesen quatsch sich hier anguckt und auch nichts schreibt das ist vollkommen in ordnung und alles cool und es ist ja auch immer so dass die trottel am lautesten schreien und am meisten auffallen ah oh mein gott end des jahres können wir dann den ganzen quatsch mal raushauen es hat natürlich dieses jahr viel an socializing networking gefehlt ich liebe das dann in die wunde noch rein zu popeln und salz rein zu streuen nee aber nichtsdestotrotz das ist wirklich so eine sache die dieses jahr auf jeden fall komplett untergegangen ist ist schade es gab dieses jahr nach keine ahnung vier jahren fünf jahren ich weiß gar nicht wie oft das jetzt schon gemacht haben das erste mal kein right review community treffen aber dementsprechend gab es auch dieses jahr das erste mal keine zweimal kirmes in mg action town wo wir das immer gemacht haben ja alles ein bisschen komisch alles ein bisschen kurios nichtsdestotrotz muss ich persönlich für mich und für meinen teil sagen 2020 war nicht ansatzweise nicht einen hauch weit so beschissen und kacke wie 2019 also 2019 war auf jeden fall bei mir persönlich maximal schlimmer und kackter als 2020 obwohl wir da coole touren gemacht haben und geile sachen gesehen haben aber nee sorry 2019 war auf jeden fall noch kackter deswegen heißt das ganze auch covid19 und nicht covid20 weil 19 wirklich echt scheiße ist egal ähm was man noch vorher sagen kann bevor wir jetzt wirklich langsam mal zu diesem jahresrückblick kommen wobei so ein so ein rehab vom jahr ist eigentlich auch ganz lustig mal nee aber bevor wir jetzt wirklich zu dem jahresrückblick kommen wir hatten zwei große touren dieses jahr geplant und wirklich schon zum teil ausgearbeitet oder sie waren teilweise auch schon komplett durchgeplant getaktet die nicht stattgefunden haben was natürlich sehr schade und sehr ärgerlich ist und wir hatten dann für anfang des jahres die große tour da reden wir ja gleich drüber plan das war plan b der hat funktioniert für die zweite tour die noch größere tour dieses jahres waren wir glaube ich bei plan g also plan a ist natürlich gescheitert aber dann gab es noch es war anfang des jahres noch wo das alles so ein bisschen sehr 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 unsicher alles noch war wo halt irgendwie schon im februar märz leute gesagt haben das ganze was jetzt abgeht geht zwei jahre und die leute die das gesagt haben haben buddesverdienstkreuz bekommen ähm da hatten wir dann irgendwann plan b plan c plan d plan e plan f und es war auch immer so ja okay dann reisen wir in dieses land und dann kam corona in dieses land und okay dann reisen wir halt dann in dieses land und dann kam corona in das land da und so weiter und so fort ihr könnt euch das halt vorstellen ja gut ist halt nicht so gewesen wie es sollte aber das hatten wir alle keiner braucht heulen dieses jahr also außer leute die nicht arbeiten dürfen aber ähm was diese tun und alles angeht und das habe ich euch glaube ich bald fast zehn minuten voll geschwafelt schon mal und jetzt kommen wir langsam zum jahresrückblick aber das ist glaube ich jetzt einfach ein bisschen mal von der seele gerede und gequatsche ähm und es ist wieder ein hem da drin für dieses video mache ich das halt wieder mal so ich schnappe mir meinen kalender ich bin halt so ein bisschen oldschool schreib alles noch handmäßig in kalender und geh dann danach was wir denn wo gemacht haben ich habe das eigentlich immer alles eingetragen wenn nicht habe ich es halt wieder mal verkackt und dazu seht ihr dann dementsprechend passende bilder jetzt am anfang weiß ich gar nicht was ich euch da jetzt einblende aber wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen stück für stück chronologisch durch was haben wir dieses jahr gemacht was haben wir für videos gedroppt und äh wenn ihr die gesehen habt geil vielen dank wenn ihr nicht gesehen habt höre ich das jetzt auf jeden fall nach wenn nicht ist auch nicht schlimm aber dann verpasst ihr halt auf jeden fall wirklich fundamentale dinge die euch in eurem leben weiter gut genug blabla und bliblub anfangen können wir direkt im januar 2020 das ist es ist aber der 24 januar es war ein freitag und da waren wir bei muckrides richtig 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 geil wirklich eine ehre und sehr sehr cool ist auch eine sache die lief ein paar jahre schon bevor wir das jetzt gemacht haben und da wurde halt dort noch umgebaut und haben das nochmal geschoben und dann wurde noch was renoviert das haben wir nochmal geschoben bevor wir da hingefahren sind und dann konnten wir das weil es dann noch ein folgedate gehabt konnten wir das super kombinieren und haben eine wirklich sehr coole ausführliche reportage über muckrides gedreht in waldkirch die ihr auf dem kanal auch seht wir waren sogar im haus von franz muck richtig krass wir haben die wagenbauhalle auch gesehen die gibt es nicht im video wir haben die schienenfertigung gesehen die gibt es nicht im video und wirklich sehr sehr beeindruckend und muckrides hat schon immer für mich coole sachen gebaut aber nachdem wir da waren und gesehen haben wie das gemacht wird und wie die leute drauf sind ist auf jeden fall mit respect level nochmal mehr gestiegen und auch nach den gesprächen und interviews die ihr gesehen habt oder auch nicht gesehen habt ist die firma auf jeden fall in meinem ansehen sehr 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 weit nach oben gestiegen sehr cool sehr sympathisch sehr offen sehr ehrlich wirklich krass also maximaler respekt für das was bei muckrides da passiert und für die leute die arbeiten wirklich cool und ich bin immer noch sehr sehr berührt davon dass wir diese ehre hatten da eine reportage zu drehen die wir euch auf dem kanal auch zeigen konnten und wie gesagt das ganze fand in kombination statt denn am folgenden wochenende also an dem samstag und sonntag war die fkf convention freundeskreis kirmes und freizeitpark e.v. der verein in dem wir auch mitglied sind wo ich euch wärmstens ans herz legen kann auch mitglied zu werden und ich bekomme da nichts für also ist das auch keine werbung und die fkf convention ist dann erstmals im europapark gewesen davor mehrere jahre bei zipgate in düsseldorf und die erste convention war noch in essen und fkf convention richtig geil mit super spannenden interessanten vorträgen von super vielen verschiedenen spannenden speakern mit lustigen quiz abends und man sitzt zusammen abends trinkt noch ein paar getränke und geht zusammen essen und alles und einfach geil wirklich richtig cool und du triffst halt super viele leute die du schon über die jahre kennengelernt hast du triffst leute mit denen du auf tour warst mit denen du irgendwie dich in parks mal getroffen hast lernst auch neue leute kennen oder lernst leute mal persönlich kennen das ist wirklich krass und ich weiß halt auch von anderen leuten die haben durch die convention freundschaften geschlossen und leute kennengelernt wenn wenn du alleine sonst in parks gehen musst weil du keinen hast der mit dir bock hat dann zu gehen dann komm zu convention du lernst auf jeden fall leute kennen die darauf bock haben oder kommen zu einem event vom fkf und auch da lernst du sofort leute kennen selbst wenn du das erste mal bei einem event bist und noch keinen kennst bevor du nach hause fährst kennst du genug leute und hast auch mit genug leuten rumgehangen echt geil ist wirklich eine coole sache meiner meinung nach und ja was soll ich sagen nächstes jahr 2021 war eigentlich auch die fkf convention schon gebucht im wunderland kalka ist jetzt natürlich pandemie bedingt gecancelt worden gibt eine online fkf convention kann man auch schon daran teilnehmen aber wie gesagt wenn es dann weitergeht kommt noch viel herum und ihr könnt jetzt auch schon mitglied werden im fkf dann kriegt ihr auch die ganzen news ihr kriegt auch die vereinszeitung die park and ride immer zugeschickt ihr kriegt jedes jahr einen kalender ihr kriegt die ganzen infos ihr seid in dem forum und so weiter und so fort würde mich auf jeden fall freuen vielleicht den einen oder anderen von euch da zu sehen das war jetzt ein riesen werbeblock für den fkf wo ich nicht einen cent für bekomme aber das halt aus vollster überzeugung euch einfach mitteilen möchte und das selber so cool finde ja das war es auf jeden fall mit diesem wochenende und wir haben dann noch ein date im januar gehabt und zwar waren wir im januar auch noch im toverland und was habe ich da eigentlich veranstaltet ich bin früher abgehauen von der arbeit wie ich sehe weil im toverland gab es ich hoffe das war auch dann der tag ich habe nämlich im kalender toverland stehen die haben in den niederlanden donnerstag und freitag war glaube ich schulfrei wegen lehrerstreik wenn ich mich nicht ganz täusche irre und dann hat man im toverland sich gedacht ja gut machen wir aber was damit die kids trotzdem was lernen und da hat man verschiedene exponate ausgestellt aus dem park wie laufräder so ein stück von trial wo du halt mal siehst wie also so ein schienenstück wo du siehst wie eine holzachterbahn aufgebaut ist mit diesen sieben leeren holz übereinander was man übrigens dann ein paar tage vorher auf der f convention schon gelernt hat wie so eine holzachterbahn statisch berechnet wird und auch da das thema war mit diesen sieben holz leeren übereinander und so weiter und so fort bügel wie bügel funktionieren und so weiter und so fort das wurde alles ausgestellt gab auch ein komplettes video dazu super spannend super interessant und eine coole aktion vom toverland meiner meinung nach ja und dann ist fast ein monat vergangen aber noch im februar haben wir dann den nächsten trip eingelegt und waren am 21. februar ein freitag bei karls erlebnisdorf in rövershagen also dem hauptsitz und haben da und das karls erlebnisdorf angeguckt haben da auch ein interview mit eric gedreht über das karls erlebnisdorf über die neuheit die dann gekommen ist die wir jetzt leider noch nicht gesehen haben und tags darauf waren wir auch noch an dem samstag dann in karls erlebnisdorf in elsthal bei berlin und haben da auch um ehrlich noch mal ein interview gedreht und haben auch eine backstage reportage über k2 gedreht die achterbahn diese große abc rights achterbahn die bei karls steht und es sind auch mehrere coole videos geworden meiner meinung nach karls erlebnisdorf war echt krass echt aufstrebend aufstellen krasse sache und da waren wir auf jeden fall in diesen beiden erlebnisdörfern voll geil und wirklich wirklich cool gewesen und das haben wir dann im februar noch abgerissen sind dann im märz am sechsten märz losgejuckert und sind dann also von uns aus ist das ein wieder gutes stück zum heidepark gefahren und haben im heidepark backstage reportagen in der offseason gedreht waren mit euch für euch zusammen in der werkshalle von flug der dämonen wir waren bei limit in der werkstatt wir haben was haben wir denn noch gedreht wir waren auf jeden fall gab es ein komplettes desert race video und bei ghostbusters waren wir auch noch drin und sind durch den track gelaufen als super krasse einblicke sehr spannend sehr cool vom heidepark das klar zu machen zu ermöglichen und dass man diese ganzen einblicke bekommt sehr 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 spannend meiner meinung nach sind am gleichen tag dann nach mittags noch weil das haben wir alles morgens gemacht und das war auch ein freitag leute wollen ja feierabend irgendwann mal sind wir zum wildpark schwarz katz oder wie heißt der das habe ich nicht aufgeschrieben gefahren den haben wir nicht gemacht weil wir wollten eigentlich auch die nachtwanderung buchen die war schon ausgebucht und als es hat in strömen ununterbrochen geregnet dann habe ich dann den butterfly dann nur gekountet und dann wird abgezogen und sind dann zum deutschen panzer museum gefahren da haben wir auch ein video zu gemacht und den tag danach haben wir irgendwie tierpark und klein kram gemacht habe ich hier stehen ich weiß nicht wo wir da überall noch angehalten haben und dann wahrscheinlich irgendwelche butterflies oder indoor kiddie coaster gekountet haben man weiß es nicht ende märz kam dann die ersten partys gecancelt wurden ist auch interessant kann das sein dass das wochenende davor nein das war es nicht das wochenende danach man hat keine ahnung moviepark saison start ist gestrichen die auf dem fkf mitgliederversammlung reglinghausen palm kirmes ende märz alles durch gestrichen corona bedingt das war schon eingetragen das ist auf jeden fall got crazy die kirmes in nancy habe ich dann auch durch gestrichen dann die wochen danach dann ist der kalender erstmal leer wir waren am 21 april dann schon mal beim tiger and turtle da haben wir uns mit einem freund getroffen und anfang mai da hat bei uns hier in der in der hut der zoo in odenkirchen wieder aufgemacht den haben wir dann besucht und sind danach an dem dienstag zum schwabenpark gefahren und das war erstmal der dienstag war der anreisetag und am mittwoch haben wir dann dort gedreht und zwar haben wir ein wenig die baustelle uns angeguckt von dem neuen vegan we flyer der dort gebaut wurde noch die hummel brummel haben dann auch zum beispiel mit miro ein interview gedreht die extra dann zum schwabenpark gekommen ist deswegen sehr cool auf jeden fall und haben auch so ein bisschen noch ja off season ist es natürlich anfang mai eigentlich nicht mehr aber trotzdem ein paar impressionen gedreht was das hat sich im schwabenpark ist geändert über den winter und so weiter und so fort ist natürlich alles geschlossen gewesen noch und da weiß ich auch noch da waren wir in der blockhütte hatten fernseh an da gab es die ersten diskussionen über weitere lockerungen bei freizeit parks wie gesagt hat der zoo auch einen tag vorher schon aufgemacht oder zwei tage vorher und am 7 mai sind wir dann auch noch rüber gefahren ein stück weiter nach trippstrill erlebnis park trippstrill und haben da eine baustellen reportage gedreht zu den beiden neuen achterbahnen von wegoma die dort dieses jahr auch eröffnet haben hals über kopf und voll dampf da noch im bau und schien schluss war schon testfahrten waren auch schon und haben da ein bisschen die baustelle mal gefilmt und euch da bilder videos und so weiter mitgebracht am 16 mai mit holger schliemann interview gedreht der nicht mehr das gusellabyrinth betreibt besitzt und so weiter und so fort und da haben wir ein ausführliches interview gedreht wie das denn dazu gekommen ist was denn da los war und so weiter ihr kennt das ja und am 21 mai ging es dann quasi mit dem ersten freizeit park wieder los der seine tore öffnen durfte und das war das fortfahren abenteuerland das haben wir direkt am 21 mai an christi himmelfahrt besucht auch ein blog zugedreht und euch gezeigt was da los war und sind dann anschließend noch haben wir die zeit genutzt nach winterberg rüber gefahren da waren zwei arpein coaster ein vegan und ein brandauer die wir noch nicht gecounted hatten und nicht gefahren sind und die haben wir dann auch noch anschließend gemacht und am 23 mai waren wir dann auch das erste mal im potz park das sollte eigentlich letztes jahr schon passieren und aus gründendes ist das alles nicht so cool ist das nicht stattgefunden aber potz park haben wir auf jeden fall einen richtig guten tag gehabt hat richtig bock gemacht und am 24 mai haben wir noch eine große butterfly tour gemacht wo wir mehrere so kleine zoos tier parks und ähnliches abgeklappert haben und dann so butterfly count tour gemacht haben war eigentlich auch ganz lustig auf jeden fall ja und dann gab es dann so quasi das erste mal dass schausteller auch wieder eine alternative hatten und was machen konnten und zwar brunus bierdorf hat hier bei uns in der stadt eröffnet und bruno dresden hat halt sein bierdorf auf dem betriebsgelände aufgebaut und durfte dann dort leute bewirten wenn ich das richtig sehe waren wir am sonntag danach im tauberland kann das sein ich weiß es nicht könnte gut sein stimmt wir haben wir waren im tauberland und der blog den wir da gedreht haben der hat mir persönlich auf jeden fall gut gefallen von dem vom aufbauen vom vom ganzen drumherum her wenn ihr den nicht gesehen habt auf jeden fall mal reinziehen ich fand es irgendwie cool da habe ich das auf jeden fall noch im hinterkopf und am sonntag dem 7 juni waren wir dann wohl das erste mal im moviepark in germany wenn ich das hier so richtig sehe es ist hat auch sehr schlampig alles eingetragen am 11 juni da haben wir es dann in den eifel park gemacht da haben wir den eifel park besucht der auch dieses jahr dann mehrere neuheiten hatte temporäre neuheiten und auch zwei also zwei temporäre neuheiten und zwei neu heiten die länger bleiben wie zum beispiel war 80 meter funtime freifall turm der jetzt im eifel park neu und fest steht am 19 juni haben wir den indepark besucht und der indepark war dann für uns der erste pop-up freizeitpark also temporäre freizeitparks aka kirmes mit zaun und eintritt war ein euro in dem fall da mal ein video zu gemacht und da haben wir am 19 juni den indepark noch besucht am 20 juni hat uschi ihren geburtstag nachgefeiert und am 21 juni ging es auf die erste tour und die erste tour führte uns dann am sonntag erstmal in den hohen norden und wir haben den ersepark erstmalig besucht und jetzt ist das ding dass ich mir das alles nicht eingetragen habe was wir gemacht haben denn am montag danach wo sind wir da hingefahren wir haben dann so mega viel alpine coaster gemacht am 23 juni dann aber sind wir im tripster gewesen denn dann war das opening von hals über kopf und voll dampf und das haben wir zwischengeschoben weil die tour vorher war schon geplant und ein paar sachen fix gemacht und sind von da aus dann wieder hochgefahren nach leipzig und haben belandes am 24 gemacht und anschließend am gleichen tag noch ein alpine coaster in der gegend und haben es dann sogar noch an dem tag geschafft runter nach bayern zu fahren und in bayern noch ein alpine coaster zu counten und waren dann irgendwie zwei tage halt in süddeutschland unterwegs mehrere alpine coaster kurf als park sind dann noch nach tschechien gefahren haben in tschechien alpine coaster gemacht waren im wie heißt das hier excalibur city haben da die bahn gemacht haben da dann spontan an dem tag vor ort noch ein hotel gebucht was super kurios war wo du so ein counter hattest und dann einfach über so ein automaten ein zimmer boosten dann kommt eine zimmerkarte aus dem automaten und du kannst in dein zimmer und dann sind wir nämlich am 27 28 juni das wochenende samstag sonntag im wiener prater gewesen haben zwei tage wiener prater gemacht also eineinhalb tage haben da backstage einiges an aufnahmen mitgebracht haben alle attraktion gefilmt sind alle achterbahnen gefahren sind sämtliche geisterbahn gefahren und auch am sonntag dann noch den neuen coaster gesenkte sau der gerstlauer bobside coaster richtig geile achterbahn eine der geilsten achterbahn neu hätten diesen jahres auf jeden fall und sind danach auch noch zum fantasianer gefahren am sonntag weil da mussten wir unbedingt hin war eine ein befehl aus dem fantasianer was aber auch sehr cool war wir was sehr geiles gesehen haben und dann auch noch schönen abend alle zusammen hatten und am montag danach ging es zum family park in österreich nicht neusiedlersee und auch nicht family parks und familienpark isartal kann das sein wollten wir eigentlich die ziere achterbahn fahren aber wir konnten gar keine attraktion fahren weil es hat ja geregnet morgens und dann hat man den techniker nach uns geschickt sind davor aber auch noch alpine coaster gefahren und bla 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 ihr kennt den ganzen kram und dann noch mehr kleinkram gemacht am nächsten tag nur diese ganzen alpine coaster kram diese ganzen vlogs das ist wirklich sehr sehr viel gewesen aber dann hatte der tag wieder ein bisschen struktur am ersten juli dann auf dieser tour das war dann der mittwoch und da haben wir uns nämlich morgens am skyline park getroffen mit christoph wunderlich von caf aka sbf und visa und da haben wir dann noch reportagen zusammen gedreht der hat natürlich auch wieder einen vogel abgeschossen und hat seinen autoschlüssel im auto eingeschlossen und bis ursprünglich nicht mehr überzeugt hatten doch bitte den adrc anzurufen stadt ein kollegen im franken der damit dem dann zu ihm nach hause fährt den schlüssel holt und mit dem schlüssel zum bayern park skyline park kommt jetzt habe ich gleich alle parks durch also unser plan a war rufen adrc an die kommen da rein die kommen da dran wollte er die ganze zeit nicht warum auch immer obwohl man plusglied ist unser plan b war dann ruft doch einfach mal bei volkswagen an die werden ja auch wissen wie man dann an den schlüssel wieder rankommt und in die karre reinkommt also es ist ja alles irgendwie möglich plan c schlag hinten irgendeine scheiß scheibe ein und dann hast du den schlüssel auch in der hand aber der adrc hat das ganze gefixt und perfekt und dann sind wir bis mittags nachmittags im skyline park gewesen und sind dann rüber gefahren zum ravensburger spieleland damit auch noch reportagen gedreht haben schon mal keinen einblick gegeben in die neue achterbahn für nächstes jahr haben darüber gesprochen dann waren wir alle zusammen im hotel und haben abends auch schön mit den montoren von spf visa gegessen und den abend verbracht um dann am 2 juli im donnerstag im tazmania aufzuschlagen tazmania löffingen und da waren große bauarbeiten von ganz vielen spf visa attraktion die gerade aufgebaut wurden dementsprechend reportagen gedreht ein video über tazmania haben wir natürlich selber gedreht haben wir es im park das erste mal angeguckt da waren wir auch noch nicht hatten vor ein paar jahren mal eine tour da wollten wir noch als es noch der schwarz schwarzwaldpark war dahin und das ist haben wir gecancelt für ein gemeinsames entspanntes frühstück mit den leuten wo wir gepennt haben war aber auch in ordnung so und ja das haben wir dann an dem tag gemacht und am freitag den dritten juli ging es dann mit ein paar kumpels in den europapark da haben wir den europapark unsicher gemacht festgestellt im griechischen themenbereich gibt es uso was ein traum und haben dort dann also von von donnerstag auf freitag haben wir auch im campingplatz gepennt was cool war und dann waren wir im tippidorf da was nicht so geil war also das ist echt viel geld für wenig was man bekommt und weil wir dann schon unterwegs waren mit ein paar leuten sind wir dann noch nach frankreich noch mal rüber haben das didiland besucht und sind spontan nach straßburg auf die kürmissen noch gefahren und von da aus ging es nach hassloch wir haben auch noch morgens irgendeine pein koster gemacht stimmt irgendeine pein koster haben wir auch vorher gemacht bevor wir zum didiland sind auf jeden Fall sind wir dann nach hassloch gefahren hatten da auch eine übernachtungsgelegenheit die sehr geil war war noch in so einer torenhalle wo ein richtiges restaurant drin war was echt geil war und haben dann richtig coolen abend noch alle gehabt und sonntags ein bisschen verschallert den holiday park besucht und sind dann von da aus war das war auch der das ende unserer tour und von da aus sind wir dann alle nach hause gejuckert haben dann am 9 juli aber auch direkt einen stop in düren eingelegt haben dann interview gedreht zu dem neuen pop-up freizeitpark den düren aufgemacht hat das hat er auch hier gesehen am freitag waren wir dann für eine reportage zum drehen movie park germany und am 15 juli anschließend haben wir das in düsselland besucht auch ein pop-up freizeitpark der düsseldorf lief um anschließend am 16 juli den tag danach schlümpfe adventure in oberhausen zu besuchen in oberhausen so eine schlümpfe ausstellung eröffnet die haben wir auch besucht ein video dazu gemacht und sind anschließend von da aus noch rüber gefahren nach bottrop zum grusel labyrinth nrw und haben mit dem herr bierhahn dem neuen eigentümer und besitzer des grusel labyrinth nrw ein interview gedreht wie es dazu gekommen ist was er da jetzt macht was er vor hat was die änderungen sind mit den ganzen escape rooms und so weiter und fort da gab es halt auch ein ausführliches interview hier auf dem kanal dazu und am samstag den 18 juli danach waren wir noch in dortmund beim fandomeo auch ein freizeitpark pop-up freizeitpark also so eine kleine temporäre kirmes sehr geil hatten wir auch echt spaß und war so eigentlich unser favorite unter dem pop-up freizeitparks und den sonntag darauf vom samstag auf sonntag dann sind wir nach klotten gefahren wild und freizeitpark klotten weil die ja einen neuen dark ride dieses jahr aufgemacht haben die wollten uns auf jeden fall auch angucken und der park ist auch an sich cool das haben wir auch gemacht und sind dann auch noch nebenan quasi in koplenz zum pop-up freizeitpark gefahren der war echt ganz überzeugend und wenn wir schon bei kleinen überschaubaren pop-up freizeitpark sind ging es auch am 21 juli nach wuppertal und dann haben wir da den pop-up freizeitpark gemacht und am 23 in düren den haben wir dann auch noch besucht nachdem wir dann halt vorher irgendwie interviews gemacht hatten am freitag danach den 24 juli waren wir in paderborn beim pop-up freizeitpark tivoli wunderland hieß der ganze haben es da mit ima score ecke und ima motion getroffen haben zusammen den abend da verbracht und das war auf jeden fall auch sehr sehr cooler tag danach sind wir weiter gefahren richtung norden haben so eine nord count tour gemacht war eigentlich auf zwei tage geplant wir haben das aber alles an dem samstag schnapp gerissen war nämlich im tier- und freizeitpark thüle sehr cooler freizeitpark und haben danach noch landerlebnis jansen gemacht sind dann den willi den wurm gefahren waren im jader park haben die achterbahn gecountet und in der nordseespielstadt herlen heißt sie so da haben wir uns in zapp bäder std 80 noch gegettet sind dann wieder ein bisschen runter gefahren haben stop im magic park pferden gemacht haben da die achterbahn mitgenommen und sind dann noch zu einem pop-up freizeitpark in diesem schlosspark erwitte gefahren haben den auch noch mitgenommen da gab es auch noch ein count und palette gespräche an der geisterbahn und so weiter und so fort und dann sind wir wieder runter und dann hat man den sonntag zum entspannen mal und das zeug vielleicht schon mal schneiden und das ding ist halt da waren ja auch viele sachen die haben wir einfach nach der arbeit gemacht oder vor der arbeit und so weiter und so fort war jetzt nicht so dass wir jetzt die ganzen tage da irgendwie frei gehabt hätten ja und dann ist halt auch erstmal nicht viel passiert und am 15 august sind wir dann gestartet zu unserer großen frankreich tour wo ja ja wie mache ich euch das denn jetzt irgendwie wie erzähle ich euch das ohne komplett abzudriften und den überblick zu behalten denn das ganze war gar nicht geplant also es waren so ein grober plan waren wir wie wo ungefähr vielleicht sein wollen ich glaube das einfachste ist weil wir das natürlich auch nicht aufgeschrieben haben es gab ja nichts zum vorplanen ich öffne mal mein cost account account und gehe dann einfach mal auf meine zählereihenfolge und dann sehe ich ja theoretisch wann wir wo gewesen sind und wir gehen das relativ schnell durch es gibt ja wie gesagt die einzelnen vlogs zu dem ganzen kram es gibt tour vlogs wo die ganzen tage zusammengefasst werden und das ist glaube ich auch ein bisschen einfacher ich habe natürlich jetzt nicht dass die daten stehen dabei aber das ist ja egal wir haben angefangen im park dubukas gab es dann direkt drei achterbahnen sehr schöner freizeitpark der auch nächstes jahr wieder neue achterbahn haben wird lohnt sich auf jeden fall habe ich auch gelesen einige von euch waren da auch schon weil das irgendwie so die ecke ist wo einige urlaub machen war sogar mitarbeiter die deutsch konnten für verkrass und von da aus sind wir an dem gleichen tag weitergefahren zum fest die land mit zwei achterbahnen sehr schöner sehr cooler freizeitpark gab es gestern also zum zeitpunkt dieser aufnahme gestern den vlog dazu haben an dem tag auch noch gliss gliss gemachten brandauer alpine coaster und danach noch zum normandy lusch ein alpine coaster von wiegand und die das alles haben wir am ersten tag der tour gemacht haben am zweiten tag der tour angefangen mit park or michel wo auch drei achterbahnen stand auch sehr cooler sehr netter freizeitpark sehr geil aufgebaut und sind dann weiter gefahren zum comeback park da was stand denn da also hier ist jetzt ein bild von ach diesen piraten die so quer achterbahnen mit dem piraten theming und dann ging es schon weiter zum le record de tour tour kurs wo dieses jahr vertikal der neue gerstauer eurofighter aufgemacht hat sehr geiler park sehr geiler chef mit dem wir uns sehr nett unterhalten haben was halt auch cool ist oder verrückt und kurios wenn der parkchef dich schon kennt wenn du da ankommst und deine zierer kappe feiert das war tag 2 und an tag 3 haben wir im kingoland angefangen sehr geiler park mit coole station die gerade alles renovieren und neu machen wir waren auch noch im park de le de la valet mein park de la valet den haben wir aber zum schluss gemacht da sind wir vorher haben wir noch andere sachen gemacht das ist jetzt in der reihenfolge nicht so geil da haben wir nämlich noch park de no deus gemacht wo ein roller coaster stand und ein luge und park de la valet haben wir gerade so noch geschafft den am ende zu machen oder hat man anderen noch am ende dran gehangen ist auch relativ egal aber da stehen zum beispiel zwei bahnen aus dem nikloland die darüber gezogen sind und auch diese geilen baby bobs so das ist auf jeden fall cool und am tag danach waren wir im papea park die haben auch drei achterbahnen wir waren im lunar park la palmier und wo waren wir da über ich kann das gar nicht alles aussprechen stimmt das war dieser trampolin park wo so ein cyclone steht und ein wurm und haben dann auch noch futuriscope gemacht mit objective mars die neue intermin achterbahn multi lounge family spinning coaster voll krass park maximal überfüllt waren dann noch irgendwo an einem ja das war kein nuller park eher so eine fett vorhin wo ich noch einen wurm gefahren bin dann haben wir den park valibi südost auch bis südost südwest besucht was jetzt inzwischen valigator südwest heißt und da war halt da war das noch nicht klar als wir da waren und da war aber sale auf sämtliche valibi merchandise produkte und dann haben wir ein pinchen abgegriffen für kleines geld und haben schon gesagt ey alter nicht dass jetzt irgendwie bald kein valibi park mehr ist wenn die jetzt so ein sellout von von den valibi produkten machen ja und so ist es dann gewesen kurz danach kam dann die news dass der park nicht mehr valibi ist im anima park waren wir auch cooler park der jetzt auch alles neu macht neue achterbahnen hat jaguar park haben wir als erstes gemacht oder ich glaube als erstes da war dann der sombrero coaster leider geschlossen von technical park weil der ersatzteile gefehlt haben und sind dann in die berge gejuckert und haben in frankreich war das der ne gusette express bin ich gefahren genau gusette express und das ist ein branddauer arpein coaster und da war ich jetzt der erste der das ding auf coaster count eingetragen hat der das ding gefahren ist und von da aus sind wir dann aus frankreich raus gefahren nach andorra katastrophe absolute katastrophe aber im natulandia bin ich den turbo trunk trotzdem gefahren nicht nur der längste alpein coaster der welt sondern auch für mich bisher der teuerste alpein coaster der welt kann es echt keinem erzählen wenn ihr dieses elend diesen graus und diese schlechte laune haben wollt könnt ihr euch den vlog dazu auf jeden fall angucken da haben wir danach sind wir dann wieder nach frankreich hochgefahren haben noch luna parks gemacht luna park de angeles und jordan den drachen es ist ja alles nicht so cool sortiert wie es sollte beziehungsweise sind dann natürlich sachen die luna parks haben ein zwei manchmal sogar drei uhr nachts auf und wenn du das dann einträgst dann ist es natürlich auf dem auf dem anderen tag gerade abgespeichert aber waren auf jeden fall noch ist es ja auch egal ihr kennt den ganzen kram oder könnt euch das reinziehen wir waren im europark noch dann noch ein luna park cup de arch im luna park le bar raker irgendwelche fettforens und luna parks am strand wo star disney stand und park der attraktions ist auch ein luna park gewesen mit großen und kleinen bahnen alles wir waren im magic park land das ist ein freizeitpark der wirklich magic park land heißt aber richtig geile landschaft voll kurios ist bei marseille sieht super bekloppt aus alles im amigoland sind wir gewesen das ist auch luna park gewesen wo auch ein jumbo jet stand also ein schwarzkopf jet richtig geil muss man länger drauf warten wir haben nestro le castor besucht das ist so ein paddel ruderverein die haben aber jetzt seit diesem jahr einen neuen wacky worm im piratland haben wir kurz stopp gemacht die haben eine sb wiese achterbahn im park baby land durfte ich echt diese kleine baby kack achterbahn fahren ohne große diskussion vielleicht haben die auch nicht verstanden dass es darum geht dass ich das fahren möchte aber es hat auch vor ort keinen dann beim bezahlen also beim fahren interessiert und danach auch noch luna parks gemacht wir waren im park spirou hatte ich richtig bock drauf war ich richtig gespannt drauf sehr neuer oder relativ neuer freizeitpark sehr viele zierer attraktion fast ausschließlich und sehr schön und alles auf belgisch französische comics thematisiert ist halt so ein park vom reißbrett und du siehst es halt dem ganzen kram auch ein bisschen an und es ist doch das angebot obwohl es so viel ist doch sehr überschaubar und wir waren dann halb von dreiviertel stunde durch mit vier achterbahnen und einer wasserbahn und sind das alles schon gefahren haben dann noch ein bisschen zeit vertruddelt mit diesen dark ride simulatoren kram den die haben und natürlich filmen und aufnahmen machen im ok choral waren wir so im western themen park auch da direkt um ecke schon ganz cool eigentlich im funny land waren wir in magic world im azur park alles irgendwelche luna parks halt luna park frius und antibes land und der letzte stop in frankreich war dann noch das koal land und da stand dann auch noch ein wacky worm der alle 15 min gefahren ist sind dann komplett echt südfrankreich die komplette küste abgefahren hat sie ganze gute süre wir waren zwischendurch auch mehr und so weiter und so fort ne habt ihr alles in den video ist ja hoffentlich gesehen und dann sind wir rüber gefahren von frankreich nach italien und haben angefangen im leolandia relativ großer freizeitpark den wir noch nicht hatten war auch ganz cool waren wir aber auch schneller durch als gedacht und sind dann zum europark milano gefahren mussten das ganze aber noch überbrücken mit so einem gelato laden da wo wir auch noch bier und pizza und keine ahnung was alles konsumiert haben es war auf jeden fall ein geiler nachmittag und tags darauf haben wir einen spaß tag eingelegt es fielte zwar noch einen count es stand auch nur noch diese eine count also beziehungsweise vor nur dieser eine count aber darum ging es gar nicht sondern um die ganzen anderen attraktionen und wir waren in italien in den movie land studios beziehungsweise movie land park das ist direkt am garnersee und drei kilometer neben dem garner land das garner land haben wir ausgelassen hochsaison operations von merlin entertainments und maskenpflicht war jetzt nicht so die eckdaten die uns dazu bewegt hätten dass wir das galaland besuchen aber movie land park muss da auf jeden fall sein und das ist ein park der lohnt sich immer wieder da waren wir halt das letzte mal vor fünf jahren und das hat man richtig bock da nochmal hinzufahren und das haben wir dann auch gemacht dann sind wir nach rimini rüber gejuckert und ich kann euch natürlich jetzt schon mal vorweg nehmen aus den gleichen gründen mit natürlich nicht merlin entertainments in dem fall am park des genietes aber aus den gleichen beziehungsweise selben ähnlichen gründen haben wir auch mirabilandia nicht gemacht haben aber erstmals fiabilandia besucht das ist ein park auch direkt um ecke davon wo der ur wurm steht der ursprung der ursprüngliche wacky worm wo das ganze herkommt den sind wir da endlich dann auch mal gefahren und haben dann noch zwei so lunar parks in diesen scheiß touristen hochburgen gegen den strand nähen kram gemacht hör auf hör auf es waren sogar drei und dann haben wir auch noch das new jesulandia juli jesulandia besucht auch ein lunar park mit drei achterbahnen wir waren auch in einem lunar park da sollten vier achterbahnen stehen drei achterbahnen waren abgereist nur so ein kleines kinder ding war da das bin ich dann aus trotz auch noch gefahren und dann hatten wir halt wir mussten halt so ein bisschen tage überbrücken konnten nicht weiter weg oder runter fahren und haben uns halt in diesem großraum da bewegt weil wir nämlich dann noch ein date hatten bei sbf visa und haben die werke von sbf visa uns angeguckt und haben auch dort eine reportage euch mitgebracht die auch schon online ist die kam am ersten weihnachtstag wo wir euch diesen achterbahn fahrgeschäfte wasserbahn hersteller vorstellen was dort wie gebaut wird und tags darauf sind wir dann von italien aus nach lichtenstein hochgefahren und haben auch noch intermin besucht da gibt es kein video zu haben aber dort halt uns alles angucken können angucken dürfen und es gibt auch nichts was man jetzt zeigen könnte in dem video und haben da auch ein paar nette coole gespräche geführt und liebe grüße auf jeden fall an dieser stelle auch an intermin da gab es auch vor ein paar tagen hier ein cooles gewinnspiel und einfach richtig geiler cooler fahrgeschäfte hersteller und war sehr geil dass wir uns das mal angucken durften da vor ort ja dann war die tour zu ende dann hatten wir so zwei drei tage wo wir uns erst mal ein bisschen davon erholt haben und ein bisschen anderen kram noch machen mussten und waren dann am fünften september in recklinghausen bei der fkf mitgliederversammlung und das war dann auch ganz nett am 13 september haben wir noch mal den moviepark germany besucht und das ganze haben wir dann auch am 20 september wiederholt weil wir am 13 wollen wir aufnahmen machen und haben leute getroffen und haben dann nur gecille bier getrunken statt aufnahmen zu machen dann ganze am 20 noch mal neu versucht waren aber zwischendurch am 18 september auch noch in dormagen beim pop-up freizeitpark und dann kam auch eins der highlights auf jeden fall am 26 und 27 september waren wir zwei tage im phantasialand und haben zwei tage im neuen themenbereich beziehungsweise neuen themenwelt ruborg verbracht um die neue achterbahn fly ausgiebig zu testen und natürlich auch das hotel charles lindberg gibt mehrere videos dazu gibt ein sehr großes ausführliches video zur kompletten experience hier auf dem kanal wo ihr halt komplett seht wie der ganze tag da war wie das hotel ist wie das restaurant ist wie die bar ist wie die achterbahn ist wie die themenwelt ist sehr 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 geil gewesen wahnsinn wahnsinn was das von tasern dahingestellt hat und das war samstag sonntag und am montag dann drauf sind wir dann direkt zum moviepark germany wieder mal gefahren und haben da auch ein sehr langes ausführliches interview gedreht ich glaube das ist sogar das interview was eine halbe stunde geht und was ihr nie gesehen habt und dementsprechend auch nie sehen werdet weil das doch nicht gedroppt haben weil sich noch was geändert hat und überhaupt und am vierten oktober waren wir im serengeti park und die haben dieses jahr auch zwei neue achterbahnen eröffnet und die mussten natürlich auch erst mal testen haben uns auch mit freunden getroffen und sind dann noch geschlossen nach bremen gefahren zum bremen freipark nicht freimarkt und das war der pop-up freizeitpark von bremen der paar tage später dann auch schon geschlossen hat am 9 oktober waren wir dann nochmal im moviepark germany denn da ging es los mit dem halloween horror festival und tags drauf am 10 oktober waren wir im toberland und da ist ja auch halloween gewesen und da konnten wir dann noch kurz vor knapp die neue maze testen die richtig gut gewesen ist richtig gut geworden ist bis dann das halloween event im toberland eingestellt werden musste am 16 oktober waren wir dann nochmal im moviepark und am 24 oktober waren wir beim fort 4 horrorland das halloween event vom fort von abenteuerland krasses event richtig gut das video ist eigentlich auch ganz cool geworden was dazu gemacht haben das könnt ihr auch gerne mal rein ziehen und am 25 oktober waren wir dann noch entspannt im regen im zoo krefeld haben da das erste mal so ein video gemacht mit deutsch englisch im vlog und am 31 oktober an halloween selbst waren wir im heide park resort beim halloween event und haben da drei backstage reportagen zu den drei maces gedreht die sind auch alle drei online und auch einen kompletten vlog zum kompletten tag im park also wenn ihr das nicht gesehen habt habt ihr auf jeden fall auch was verpasst dann wäre das zweite mal ein wochenende gewesen wo wir dieses jahr mit freunden im disneyland paris gewesen wären das erste mal war da kam gerade der lockdown wir wollten den das disneyland paris hat ja an einem samstag dann spontan gesagt wir lassen niemand mehr rein und am sonntag sollte der letzte tag sein wo der park noch regulär geöffnet hat und für den sonntag wollten wir eigentlich dann tickets getten und dann mit dem zug runter juckern das ist knapp gescheitert und dann hatten wir für das erste november wochenende hotel zwei tage park eintritt alles mögliche hatten wir schon gebucht wir wurden sogar weil ja so wenig los war im hotel geupgradet ein besseres hotel von disney hotel und so ja das ist alles maximal gescheitert wie ihr das euch vorstellen könnt weil da war das dessen dann schon wieder zu ja da waren wir dann nur noch mal im november im moviepark um ein bisschen was zu drehen und und im dezember waren wir dann auch noch mal kurz vor weihnachten im moviepark haben da auch noch sehr ausführlich sehr viel gedreht und damit war es das dieses jahr das ist wirklich sehr sehr überschaubar gewesen dieses jahr im vergleich zu sonst aber gut trotzdem würde ich sagen für das jahr 2020 haben wir gut einen abgerissen und ihr habt vielleicht erst einen kleinen überblick bekommen von dem was ging irgendwie am anfang des jahres hatten wir noch so diese ganzen indoor parks gemacht da habe ich jetzt nichts dazu gesehen konkret aber das war wahrscheinlich dann mit diesem ganzen kleinen kram mcplay fun center oder wie das alles heißt also diesen ganzen indoor freizei park für kids wo dann halt mal so eine kinderachterbahn steht die man dann halt counten möchte ja kurios irgendwie trotzdem cool dass wir jetzt alles so noch mal vor augen zu haben aber auch irgendwie traurig dass dann zwei große tour nicht stattgefunden haben das wollte ich euch eben am anfang schon erzählt haben also die eine große tour war die fkf schwindland tour da da wären wir durch komplett finnland und teil von schweden gereist und hätten da die ganzen geilen parks gemacht und die zweite tour war unsere große geplante tour shanghai und japan was auch nicht stattgefunden hat wird dann irgendwann vielleicht mal irgendwie noch mal versucht und nachgeholt man weiß es nicht auch eine sache hast du mal lust da und mal lust oder vor da und da zu fahren also wenn es irgendwelche länder gibt wo ich noch nicht gewesen bin dann werde ich da irgendwann bestimmt mal hinfahren weil ich war ja noch nicht und ich möchte überall mal gewesen sein also da könnt ihr auf jeden fall von ausgehen und es bringt ja auch nichts wenn ich dann sage ja oder nein weil das bringt ja auch nicht weiter was ist das für eine frage manchmal vor allem sind ja immer sehr kuriose sachen hier dabei das ist keine ahnung aber ihr wisst bescheid das kommt dann alles irgendwann irgendwie ich habe auf jeden fall noch genug ideen alternativen und plan a bis z steht alles wir bleiben dran wir hauen rein wir geben gas wir sind jeden tag für euch am start es kommen noch viele coole sachen es ist zwar alles ein bisschen so boah also jetzt so nach was sind das neun monate oder was ist schon anstrengend langsam aber ich habe bock ich bin immer noch motiviert und momentan auch wieder motivierter als eine lange zeit es war so zum ende der ich sag mal saison war schon so boah nervt alles nur noch ist anstrengend aber ich habe wieder richtig richtig bock und da könnt ihr euch auf jeden fall auf was gefasst machen vielen vielen dank wenn ihr euch das bis hierhin angeguckt gehört habt vielen dank für euren support den ja alle tagtäglich liefert leistet oder auch ab und zu nur ich freue mich über sämtliche kommentare über daumen hoch daumen runter videos teilen facebook instagram folgen kram teilen kommentieren alles geil wirklich sehr 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 geile community die sich das zeug hier rein zieht hat man auch gesehen an dem danke freizeitpark video wo keiner wusste worum es genau geht und voll viele leute fotos geschickt haben was auch ein sehr geiles video geworden ist und wie viele leute auch mit right review klamotten rumlaufen ist unfassbar krass und beeindruckend und sehr geil große ehre sehr 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 krass also ich kann es immer nur wiederholen vielen vielen lieben dank für alles ihr seid unfassbar krass ihr seid die coolsten und ich bin jetzt raus euer bro office right review videomagazin